Guten Morgen an diesem Montag. Ich bin Profiler Susann und freue mich, dass du dabei bist. Hier ist deine Montagsmotivation Nummer 24. Mir geht es um den Wert der Wahrheit. Wir alle sind sauer, wenn wir belogen werden. Ist doch so. Doch wie oft belügst du dich selbst? Oder lässt dich von der Welt belügen? Unsere Welt verführt uns dazu, belogen zu werden und nennt das Motivation. Ein Beispiel? Vielleicht bist du nicht die intelligenteste Person auf dem Planeten. Möglich wär's. Doch statt dich diesem Frust zu stellen und nach einer Lösung zu suchen, lässt du dich noch zusätzlich dumm quatschen, indem du erlaubst, dass sie dir sagen, du bist so klug, du bist so klug, du bist so klug. Bist du das? Ich sag dir was. Wenn du schlauer werden willst, dann musst du lernen. Labern bringt nichts und vollgelabert zu werden bringt nur dem, was dir dafür bezahlt wird. Dir bringt es nichts für deinen Fortschritt. Du musst lernen. Das ist das Einzige, was dich weiterbringt. Das ist die Wahrheit. Und du musst sie nicht hören. Du musst sie leben.